Büro ist wie Achterbahnfahren. Ein ständiges Auf und Ab. Wenn man das jeden Tag acht Stunden machen muss, täglich, dann kotzt man irgendwann. Für mich ist hier jeder Tag eine Herausforderung. Ja, jetzt wird gleich wieder fertig. Ja, das ist auch so was. Hier hilft jeder jedem. Weil am Ende des Tages sitzen wir alle in derselben Achterbahn. Erstmal sind hier alle gleich. Sagen Sie hier zuletzt auf russenschlampen.de? Was? Also das verbitte ich mir jetzt aber, mein Lieber. Weil die sind ja eigentlich gesperrt, die Sperre. Ja, zu Recht, zu Recht. Soll ich die wieder reinmachen, die Sperre? Nee, nee, ich komme klar ab hier. Danke.